Und ich möchte jetzt bitte etwas sagen, was mir ganz besonders wichtig ist. Für die Medien aus dem Inland, aber auch aus dem Ausland. Die FPÖ ist keine rechtsextreme Partei. Wenn eine rechtsextreme Partei in Österreich angetreten wäre, und ich bin als Kandidat der FPÖ angetreten, ich habe das immer gesagt, nicht als Unabhängiger. Eine rechtsextreme Partei hätte in Österreich vielleicht ein Wahlergebnis erreicht von 2%. Größer ist der Narrenanteil in Österreich mit Sicherheit nicht. Wir sind eine Mitte-Rechts-Partei mit hoher sozialer Verantwortung. Und deswegen war es möglich, 50% der Stimmen bei dieser Wahl zu erreichen.